Nur die Elite kann Kaffee mit Zitrone trinken. Im Gegensatz zu den Empfehlungen aus diesem Kommentar im Forum meines Videos zum Thema Kaffee mit Zitrone. Warum Kaffeein aus Kaffee steigert die Herzfunktion und kann einen Herzinfarkt ausschliessen? Zitrone verstärkt die Wirkung von Kaffeein und das ausmaßt den Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Frauen und Männern. Was passiert, wenn sie Wodka mit Kaffee trinken? Alkohol und Kaffeein neutralisieren sich gegenseitig. Sie verhindern eine Alkoholvergiftung und Übererregung. Wodka mit Kaffee ist gut für Gesundheit, also Kaffee mit Zitrone. Jedes Video auf meinem TikTok-Kanal enthält weitere nutzliche Tipps von Arzt Kachko. Nöchten Sie mehr über gesunde Ernährung und den Konsum alkoholische Getränke erfahren? Dieses Buch wird Ihnen dabei helfen. Einfach bei Google Play zu finden und zu kaufen. Veranstaltungen und Tränen Veranstaltungen und Veranstaltungen Veranstaltungen Veranstaltungen